Hehehehe Ah, ja! Oh, ja! Fangen wir an? Brrr. Finges noch schon, wenn wir anfangen? Nicht! Finges noch schon! Finges noch schon! Ja, das war alles! Weißt du ja, das sticht alles! Genau! Finges noch schon! Ja, ich fange an! Ja, ich fange an! Zahn, Zahn! Zahn, Zahn! Zahn, Zahn, Zahn! Also, wir haben ja gar nichts erklärt. So, dann machen wir das auch dann. Ja, stimmt. Ah, meinst du an? Mach halt! Mach halt! Hör doch! Hör doch! Mach doch! Mach jetzt! Boah, wenn du dran bist, ne? Guck mal, wie das ging! Ratner, wäre eine 1-0 für dich, ne? Neun Runden haben wir noch! Huh! Ja, komm! Ja, cheaten! Ja, ich bin schon mal richtig! Ja, das ist ja nicht wirklich verletzend! Aber... Ja, egal! Lass mal weg, oder? Ja, aber ich verspüge das Ding! Wir kriegen eh noch ne Bestrafung! Ja, und das ist ja auch schnell! Ja, ich bin immer zu hassig! 3-0! Ne, nicht auf den Sack! Ich bin immer zu hassig! 3-0! Ne, nicht auf den Sack! Ja, ja! Und den machst du, oder? Ja, gar nichts! Ich glaube, das müssen wir mehr so machen, als er zieht so! Ja! Ja, dran, der ist ja der Pussy-Dreh! Ja, aber der mit! Du bist zu spätig! Ja, weil ich das Ding weggelegt habe! Ja, komm! 4-1! 4-1! Noch 5 Uhr unten haben wir! Der wird fester, oder? Der macht doch! Völlig frecher Waldjungen hier, ne? Ne, Freunde! Und leckt! Ja! Und leckt! Der war aber vorhin noch! Ja, 6-1! Das kann ich nicht mehr aufholen! Doch, das kann ich noch! Ne, das kann ich nicht mehr aufholen! Freilich! Oh, oh! Wir haben noch 4 Runden, ne? Das ist voll Kussis! Da steht 6-1, ne? Ja! Ne, 5-1 steht das! Keine Ahnung! Ja, jetzt müsste ich hier gewinnen! Ja, Cheaten! 6-1? 3-1, 4-3! Mach halt! Wie du meinst! Wie du meinst! Wie du meinst! Wie du meinst! Mach halt! Alter Mann! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Ja, da waren wir! Wolleck! Der war aber auch! Deiner war genauso! Wiederholung! Der war doch genauso! Ey! Das kannst du nicht gewinnen! Kann ich doch auch! Mach doch! Puh! Nein! Nein! Jeeeeee! Wie ist denn so viel, Baby? Wie? Oh, oh, oh! Wie ist? Das war eigentlich das? Nein! Ja! Nein! Das war nicht fest! Sorry! Ja, dazu! Das hat sich nicht stört! Das hat da gesehen. Zwei Runden noch, ne? Oh, das war ein Double-Hit, Alter. Letzte Runde, Freunde. Nein, Alter! Ja gut, ich habe eh verloren. Das steht insgesamt 8-2. Ich würde sagen, wir machen nochmal 5 Runden, weil das war ein bisschen zu low. Okay, 1-0. Und wir machen 5 Cent. Wir haben noch eine Überraschung am Ende für euch. Also nochmal eine Bestrafung, weil das ist ja ein bisschen Pussy. Von daher... Und der Barber! Der auch. 1-1, Alter. 1-1, Alter. Was? 1-1, Alter. Sag es nochmal 5. Ja! Nein, ich krieg schon mal 10 Schneewelle. Ach so! Und wenn du jetzt vergleichst, kriegst du ja nur... Weil es war ein bisschen zu kurz, sag ich mal. Jetzt haben wir mal die Runde richtig. Ja, mach ich ja grad. Oder du hast noch eine Harker-Runde. Nee. Wir haben es nicht so falsch. Ach, 2-1, 2-1. Mach doch! Mach doch! Bist du sicher? Ja, ich mach doch! Nein! Klingel. Auf 3 Runden, Freunde. 3-2, 1-2-1, Alter. Ja, ich mach doch mal nicht, Alter. Das ist eine Kacke! Noch eine Runde und eine Muszi durchhalten. Oh Mann. Und der wurde mir das? Komm! 2-2. Sicher! Wir können wiederholungen. 3-2. Entweder 3-3 Letzte Runde Und dann kommt die ultimative Bestrafung Ok Freunde, jetzt kommt die Bestrafung für mich Jetzt krieg ich ja statt 10 15 Schneebälle auf den Rücken geschlossen Ohohohoho Kannst du aber auch noch auf Risiko spielen mit 5? Nee, nee, lieber nicht Freunde Ich werde jetzt die Bestrafung Äh 5 Und die Runde gewinnt? Nee, ich nehme die Bestrafung 15 Schneebälle auf den Rücken Das gebe ich alles für euch Wir haben uns jetzt umentschieden Und zwar gibt es jetzt als Bestrafung Und die ganze 5 Schippen voll auf seinen Rücken Weil es kein Boxen ist Genau Aber das ist mir lieber wie 15 solches Schneebälle Freunde Jetzt kommt die Bestrafung Die hat 5 Stück Mach einfach Mach einfach Oh je, es ist kalt Mach noch einen schneller Mach drei Ich fass nicht Freunde Es ist so kalt Fick euch ins Knie Das nächste Mal bist du dran Das geht sogar in meine Hose Meine Boxerkarts Fick euch Oh Gott Ok Freunde Das war die erste Challenge Ich hoffe der kriegt's das nächste Mal ab Dieser kleine Penner da hinten Also wir sehen uns Farahja Abonniert uns an das ganze Ding Liked wenn ihr wollt Ihr könnt doch noch mehr Challenges reinschreiben Es läuft voll in meinen Arsch Also, vielen Dank fürs Zuschauen Ciao Oh, das geht in die Arschlitzel Das liegt nicht am Arsch So extrem Hardcore gibt's hier halt Oh ho 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 Bis zum nächsten Mal.